Unsere Backwaren sind qualitativ hochwertig, natürlich wertvoll und leistbar für alle. Unsere Bäckerei ist für alles offen. Nur künstliche Zusatzstoffe, Farbstoffe und Emulgatoren, die kommen bei uns nicht ins Brotsackerl. Wir arbeiten nach dem Clean-Label-Prinzip. Aus unserem Backofen kommen nur pures Brot und purer Genuss. Das schmeckt man einfach. Traditionelles Bäckerhandwerk und sehr viel Teigruhe. Unsere Langzeitführung gibt den Teigen Zeit zu reifen und seinen vollen Geschmack zu entwickeln. Slow-Baking wie Anno Dazumal. Wille Wille ?" Wille Hochwertige und unbedenkliche Backwaren kommen nicht von ungefähr. Unsere Zutaten und unsere Backstube werden ständig kontrolliert. So erfüllen wir die hohen Anforderungen des Gesetzgebers und die hohen Ansprüche unserer Kunden. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Wir orientieren uns an den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen und Märkte. Wir reagieren flexibel auf Veränderungen und entwickeln unsere Produktion und unser Sortiment laufend weiter. Die Natur liefert uns hochwertige Rohstoffe. Wir denken weiter, um sie nachhaltig zu schützen. Durch regionale Partner mit kurzen Wegen, durch umweltschonende Produktion, energiesparende Anlagen, ein Blockheizkraftwerk und die Nutzung von Sonnenenergie und doch viele Projekte, die unser Brot vor der Mülltonne retten. Bei Therese Mölk blickt man in zufriedene Gesichter. Wir fördern und begleiten unsere Mitarbeiter ab dem ersten Tag, bieten ihnen sichere Arbeitsplätze, geben ihnen die richtigen Werkzeuge in die Hand und bieten ihnen die Möglichkeit, sich einzubringen. Mitarbeiter heißt bei uns Miteinander. Wir alle sind mehr als ein Team. Wir sind eine Familie. Wir sind Therese.